Grüße. Grüße. Theo MxK in Mittelraum durch die Ganzbahn wechseln, K versammelter Track. Fx nach links traversieren, x Peute links. XG Schulter herein, links, E geradeaus, C linker Hand. KXF im starken Krab durch die ganze Bahn wechseln, F versammelt als Krab. KX nach rechts, F passieren, X folgt rechts. KKL futter, F passieren, F passieren, F passieren. XY Schulter herein, rechts, E geradeaus, C rechte Hand. M im versammelten Tempo rechts eindaropieren. Nach F liegen die Rettkirche aus der Ecke her, ohne darauf wechseln. C fliegender Galopp wechseln. E links um, X fliegender Wechsel, B rechte Hand. K, X, M zum Mittelgalopp durch die ganze Bahn wechseln, dabei überschreiten. M versammelter Galopp. H überlangt zum versammelten Trapp. E kurz fährt links. K, Mittelschritt. N, X, K im starken Schritt durch die ganze Bahn wechseln. K, Mittelschritt. A, auf die Mittellinie abwenden, B, im versammelten Tempo anzuarbeiten. K, Mittelschritt. K, Mittelschritt. E, bei den Rüsten. Vielen Dank. Vielen Dank.